Das ist der KTG. Hubert, das erinnert mich sehr an die Lieferung, die wir im Moment immer öfter zu Hause bekommen. Und genau für solche Zwecke ist der wahrscheinlich auch gedacht, oder? Philipp, du hast komplett recht. Dieser Wagen ist sehr, sehr flexibel. Man kann ganz, ganz schnell durch die Regale gehen. Man kann sehr schnell die gewünschten Artikel, die georderten Artikel der Kunden reinbringen. Und so kann man dann sehr schnell entweder ein Click-and-Collect-System aufbauen oder man kann es über einen Lieferdienst nach Hause geschickt bekommen. Und so übergibt man die dann dem Fahrradfahrer und dann müssen ja neue Tüten wieder rein. Genau. Wir haben hier an der Seite einen Tütenhalter. Wir können ihn hier entnehmen und dann können wir hier dann die nächsten Orders wieder mit einbringen. Perfekt. Und dann gibt es hier noch den Korb? Genau. Das ist ein Kleinartikelkorb, sodass die Personen, wo diese Waren zusammenstellen, auch ein Messer reintun können, vielleicht ein Klebeband oder die nötigen Utensilien mitnehmen können, wo sie benötigen für die Kommissionierung. Oder mal einen Stift, um meinen Namen hier drauf zu schreiben. Genau. Super. Also ein sehr flexibles Teil. Kann man den auch noch ein bisschen verändern, je nach Kundenwunsch? Genau. Wir können mit den Kunden in Dialog gehen, ob nochmal Änderungen gewünscht sind, ob hier diese Etage modifiziert werden kann. Und so können wir im Dialog hier dementsprechend die Kundenwünsche auch anpassen. Wunderbar. Also ein sehr flexibles Teil dieser KTG. Danke, Hubert. Bitte.